Willkommen! Wir sind beim Nationaltipp beim Rennstart von der Tour auf der Alps. Tour auf der Alps. Einst der wenigen Heimrennen momentan. Ich komme aus Münster, Münster in Tirol. Das ist da also von Rathenberg. Rathenberg, Rathenberg. Ungefähr zehn Minuten mit dem Auto entfernt. Das sind meine Heimetappen hier. Ich kenne jeden Store und jede Straße. Soll mir eigentlich gut liegen da. Las Cuadras Nacionales de laufria! Wir haben eine recht junge Mannschaft. Die Jungs sind aber gut drauf. Die sind jetzt schon viele internationale Rennen gefahren im Frühjahr in Italien. Da sind schon gute Ergebnisse eingefahren. Bisher bin ich eigentlich nur in so einem kleinen Rennen gefahren und nie so. Also ein Rennen in so einer Kategorie, also so ein Pro-Rennen. Das ist das größte Rennen so bisher und auch in nächster Zeit eigentlich. Da ist nichts mehr in der Saison geplant. Es wird vielleicht auch für den einen oder anderen so ein kleines... Ah, also so schnell fahren die. Ah, okay. Also cool ist, dass wir eben an Lukas und an Sebastian bei haben. Weil die einfach schon die Erfahrung haben und sich eben perfekt auskennen da im Radspropellitor. Und ja eben, die bringen auch eine gewisse Lockheit ein an. Weil sie einfach eben so gestresst sind und sich auch eigentlich nichts von uns erwarten. Ich muss mir gleich was eissen. Drittel! Mega große Hine!